Hi Fans! Wir haben Bock heute zu spielen. Wir sind hier in Osnabrück im Schloga und spielen da hinten auf der Bühne. Das Schloga Open Air. Wetter ist top. Wir haben alle geil Bock. Die anderen Bands sind auch alle da und hängen da hinten rum und wir trinken erst noch ein bisschen vor. Da vorne sind die Leute aus dem AZ. Da gibt's was zu essen, da gibt's Bier. Hinten ist die Bühne. Wir sind um halb acht dran. Aber gut, sonst nächste Show ist... Haben wir in Osnabrück erstmal eine? Nee. Also wenn, dann heute. Das war's. Wir kommen erst Ende 2017 wieder und spielen wieder hier in Osnabrück. Wenn's entklappt. Ja, wenn's entklappt, genau. Alles klar. Wir sehen uns. Vielen Dank.